Okay. Weil ich jetzt kurz gucken wollte. So, wir haben jetzt vier Mana-Samen. Das heißt, wir können jetzt die Zauber auf Level 4 bringen. Das werde ich dann gleich mal zwischendurch machen. Ich verdurste. Hast du meine Mark? Wieso ist hier eigentlich noch immer... Wieso ist hier eigentlich... Hä? Du hast den Mana-Samen das Feuer zurückgebracht. Vielen Dank, da haben wir noch immer kein Wasser. Warum? Der Mana-Samen ist wieder da, aber das Wasser ist trotzdem... Aber das Wasser trotzdem nicht. Wenn wir bloß ein Dingelchen hätten, hilf uns, sonst sind wir erledigt. Ein Dingelchen? Was war denn das? Was für ein Dingelchen? Berti, ist das du dazu? Ich hab da... Die Biester-Pule. Die wird jetzt wozu? Zur Gasser-Pule? Okay. Und die Schuppen-Axt. Sehr fein. Das heißt, ich nehme jetzt erst mal die Axt. Und du müsstest ja mittlerweile... Nein. Auch noch nicht. Okay. Irgendwie, nee, gab's... Dann gab's sie nicht. Wir haben Menschen gehen von hier fort. Zum Imperium? Ich glaube, die Kanonibröder fliegen dorthin. Okay, sie sagt uns zumindest, haben wir jetzt von ihr die Impfung? Ach, das war der Kräme. Er hat gar kein Schild. Ah, gut. Nö, nö. Wir wollen erst mal nix. Ach doch, verkaufen hätte ich die Mütze können. Aber egal. Mir... Aber ich hätte auch speichern können. Hätte, hätte. Fahrradkette. Ciao, Bärli. Wollt ihr bis auf 50 Goldmünzen? Irgendwohin? Trüffel, Lof, Weihnachtsinsatz, Imperium. Eins, zwei, drei? Würdest du mich verarschen? Was für eine drei? Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Ah. Hä? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Benehmt euch anständig in Imperium. Auf die Kanone. Eins, zwei, drei auf dem Gamepad, weißt du? Ach, tsch, tsch, tsch. So. Auf in die Südstadt. Südstadt, Nordstadt, irgendeine Stadt. Zu den Rebellen. Das sieht eher aus wie ein Vulkan. Hm? Ja, das ist ja interessant. In die Wüste? Nein. Das sieht ja hier fast aus wie... Okay. Hallöchen, wer bist du? Willkommen in Südstadt. Lass mich mal vorbei hier. Ich will durch, bin der Arzt. Ah, wieder mal ein wenig andere Musik. Ist das schön? Hm-hm. Hey, du. Hier wohnen, du Verrückte. Zum Beispiel diese Maria. So, welche Maria denn? Die Maria. Ich schreibe mich mal um, wo wir hier noch so hingehen. Hm, hier ist Schluss. Und wer bist du? Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Okay. Das sieht mir ja aber sehr nordisch aus. Ich würde zu den Rebellen. Auf solche Fragen antworte ich gar nicht. Okay, da jetzt nicht weiter. Wir gehen mal hier zu der Bekloppten, wenn das die ist. So, das ist wie ein Krämerladen. Bist du Maria? Hey, du. Maria, hey. Ich weiß, wer ihr seid. Letak, hä? Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen. Ich bin ein Spionin. Aus, äh, Tassnika. Tassnika. Okay. Spionin. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel. Der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Mhm. Okay. Ah ja, gehen wir schon. Gehen wir schon. Ja. Ja. Oh Gott. 634. Wenn ich mir das mal merke. Oh, wer bist du denn? Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Was sind die denn alle so auf Maria fixiert? Hey, war doch auch noch einer. Der da. Hey, du. Bleib stehen. Der Imperator hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor. Und hat einen, äh, und hat eine Monsterarmee im Schloss. Okay. Okay. Das werden wir dann sehen. Da geht's nicht weiter. Das ist... Ein Hotel. Die Nacht kostet 100. Willst du mich verarschen? Äh, 100. Ich glaub, wir müssen gar nicht. Oh, wir speichern. Ja, gut. Wir haben ja jetzt Kohle. Ich guck mal kurz. Oh. Wir sollten doch übrigens hier... So lädt man seine Zauber auf. Gut, mit der Kobel, den muss man kämpfen. Das Mädchen... Da kann man sich einfach mal so vor das Hotel stellen. Und einfach irgendwelche passiven Zauber wirken lassen. Ja, ich zeig das nur mal. Das ist recht langweilig. Heute noch. Ach, das ist doch da. Wenn man's auf sich selbst macht. So. Dann muss man wieder schlafen. Und dann kann man das Ganze von neu machen. Jetzt hat sie... Gucken wir mal eben, ob das funktioniert. Wenn ich mir das mal gezeigt hab. So. 3, 12. Das dauert also aus... Oft schlafen und auch auf die Zauberwirken. Dann hat man erstmal nur Frostern. Dann muss man die anderen vier... Später sind's acht. Das wird... Das wird, äh... Das wird, äh... Desto mehr, desto schwieriger wird es. Vor allen Dingen, desto höher das Level. desto weniger kriegt man pro zaubern dazu. In Stufe 1 kriegt man noch 9 Punkte pro zaubern dazu, in der zweiten nur noch 8, dann 7, 6, 5, 4, 3 und so weiter. Also ganz toll. Das heißt in der letzten Stufe, wenn man dann irgendwie die Zauber auf 8 hat, kommt man, ich glaube es geht bis 8, 9, 90 oder so, wenn man kommt nicht, muss man dann 99 mal in Zauber werden. Haha, super, wenn man nur noch einen Punkt bekommt. Speichern, jawohl. So, kommst du mal mit, Mädel? Hier geht es noch hoch. Ach, guck mal. Da ist alles in einem. Wie kann ich helfen? Ich kaufe. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Aha. Guck mal, 700 Goldmünzen haben wir da quasi gefunden. Kaufen wir natürlich. Zweieinhalb. Ich glaube, die haben wir. Ne, welche haben wir denn? Vier, fünf. Juwelenweste. Kaufen wir natürlich. Wir haben ja Kohle ohne Ende. Ich glaube, das Armband haben wir. Jetzt kriegen alle den Dämonen reing. Kaufen wir auch. Aber sicher. Verkaufen. Nein, nein, nein. Ich wollte noch was verkaufen. Ja, ja. Ich bin noch nicht fertig. Und zwar hier. Ich bin noch ein bisschen aufräumen hier. In Winter. Jetzt kriegen wir alle so eine schöne, rosa Weste. Mädels freuen sich. Der Junge nicht so. Also ich. Aber egal. Muss ich auch wählen. Wir sind ja jetzt. Wir sind ja jetzt was. Haben wir jetzt ohne Ende Kohle? Ähm, ja. 43. Leck mich am Fuß. Weißt du, was war denn das? Was war vorher? Ich weiß es gar nicht. Aber 43 ist schon mal sehr schön. Nicht zu verachten. Nicht zu verachten. Gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich speichere auf jeden Fall nochmal. Selbstverständlich. Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist ein Brunnen. Hier ist der Mann. Wer ist das hier? Äh, hallo? Wieso wurde ich jetzt hier stehen gelassen? Was ist denn der Typ? Wie lautet die Parole? Ach shit. Wie lautet denn die Parole? 6. 6, 3, 4. 6, 3, 4. 6, 3, 4. Ein mit euch. Juiui. Gut, dass ich immer es gemerkt habe. Hö. Wo bin ich? Aber was muss ich jetzt hier... Was ist das denn hier? Ich... Ja, was ist das denn hier? Ich dachte, wir kommen jetzt in die Südstadt. Da müssen wir hier durch eine... von Monstern befallene Kanalisation. Oh, das habe ich zu fassen. Mit widerlichen Schleimmonstern. Oh nein, oh nein. Ich wollte, ich wollte... Gib mir doch lieber ein Bombo. Ah ja, gut, oh, jetzt nicht mehr. Eigentlich theoretisch, aber wir sind zumindest nicht vorgehört mehr. Ein Sabber-Blob. Hier gucken wir die Sabber die erste Zeit. Das wären aber auch nicht wenige. Das wären mehr sogar. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen aufrollen. Sack. Ne. Gib ihm jetzt voll eins drauf, Mann. Gibt's ja nicht. Die teilen sich wieder... Kommt, Leute. Bist du nicht zu fassen. Das sind ein paar missliche... Ich weiß nicht, wie viel das da sind. So, jetzt haben wir's. Ja, wie weit müssen wir denn hier laufen? Was will die denn hier, wenn's für dich ist? Warte, wo müssen wir hin? Ähm. Ich lade mich mal voll auf, jetzt. Hat nix gemacht. Die kriegen aber auch nicht ihre Dinger voll hier. Kann das sein? Ach shit, die ist schon... Die ist schon oben. Wieso hab ich jetzt die Lanze? Versteh ich gar nicht. Ich nehm jetzt mal... Die... Ich wollte die Axt nehmen. Wieso hab ich nicht die Axt? Gibt's ja nicht. Warte ich mir nicht die Axt geben? Ach, ach. Ja, soviel dazu. Die Mila, die nimmt jetzt die Lanze. Ja, eigentlich müsste die die Axt nehmen. Süßes Axtmädchen. Shit. Kriegst die... Naja. Nimmst du jetzt erstmal die Lanze. Hier. Ne, hä? Und sie hat die Klaue natürlich auch fertig. Die Lanze hat sie auch oben. Dann, 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 dann. Kommt sie jetzt das Schwert? Jawoll. So geht das. Immer noch nicht raus aus dem... Zerkanalisation. Was? Was? Jawoll. Schon drauf da. Ach, diese... Gegner hier. Aber die Schleimviecher, die gehen ja noch. Das gibt Schlimmere. Zum Beispiel die, die man nur mit Zaubern bekämpfen kann. Oder diese Tomatentypen, die waren auch ätzend. Und bei hier ist es eher halt ätzend, dass sie sich immer und immer wieder... teilen. Das gibt's ja nicht. Man kriegt die nicht klein. Nein. Shit. Komm schon. Jawoll. Ich hab mich schon wieder hochgelevelt in der Zwischenzeit. Weil es einfach so viel ist, in dem man hier platt macht. Das ist unglaublich. Jetzt gucke ich doch mal, was hier drin ist. Die zarte Schurki von Mirka. Ach komm jetzt, ich will weiter. Ich geh gleich. Gleich ist meine Geduld am Ende. Ich bin mir nicht ewig hier an einer Stelle stehen. Warum hab ich hier so einen beschissenen Grafikfehler? Was tut denn? Ah. Endlich. Ähm. Ich geh da mal vorhin. Oh, das gibt's ja gar nicht. Die steht gar nicht drin hier im Spiel, überrate diese Kanalisation. Unterführung steht da. Schweinerei. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.